Hallo meine kleinen Wunder! Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XV! Okay. Raum nicht. Warum soll ich dazu Nein sagen? Okidoki. Bye Jungs! Passt auf euch auf! Macht keinen Blödsinn! Geht mit keinem Fremden mit! Marschall. Kor, ich komme. Das war immer ein langer Tunnel. Hey buddy! Ok. Cool. Ich mag's mit dir zusammen unterwegs zu sein, nur dass du's weißt. Ach ja, und Prompto? Ich glaub der mag dich auch. Nur so zu Nebeninfo. Also, wenn ich da was klar machen soll, dann sag Bescheid. Oh man. Hä? Was ist der Rest? Cool. Hi. Schön, dass du Mitte bist. Hahaha. Schön, dass du Mitte bist. Richtig. Wir genießen die Zeit, die wir zusammen haben. Du musst halt aber überlegen, Kor, dass Prompto gleichzeitig auch noch Cindy mag. Somit, ähm... Das wäre eine komische Dreiecksbeziehung, aber ich bin mir sicher, ich krieg das schon irgendwie Backen. Ah, Moment. Kann ich irgendwo hochfliegen? Hä? 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 Na wunderbar. Cool. Hast du ihn recht erledigt? Ich hoffe so. Ich lauf nämlich aber immer weiter. Hahaha. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Boop. Good. Was willst du mir damit sagen? Hey, Leute! Waren wir gar nicht? Wir wurden genauso angegriffen. Was laberst denn du? Wer bist denn du? Well, well, if it isn't Kor the Immortal. So, you survived the Citadel, but you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend came to an end. Okay! Erstmal die Kleinen. Wer genau ist das? Ich habe mir die Maschine angeguckt. Wer genau ist der kleine Milchbubi da drin? Weiß niemand, ne? Also er wurde mir nicht vorgestellt im Spiel, weil normalerweise haben die ja irgendeinen Namen oder sowas unten drunter nebendran oder so stehen. Hm. Genießt die Königswaffen. Ich kann nicht mehr, dass ich ihn nicht verstanden habe. Ich kann nicht mehr, dass ich ihn verletzen kann. Ich kann nicht mehr, dass ich ihn nicht verletzen kann. Gut gemacht, Jungs Sehr gut Ich bin stolz auf euch Gut gemacht, Jungs Okay Und wen haben wir jetzt gerade gesiegt? Hm Weiß keiner so genau, oder? Naja, gut Lassen wir es mal so im Raum stehen Mhm 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 Das ist cool Ja Kapitel 3 Die offene Welt Okay Okay Noctiline Will jetzt die Power Und Muss dafür Durchs Land reisen Und seine Vorfahren Besuchen gehen, quasi Die nieren kräber So The Prince Elud's death And what of The elusive ring Elunifreya has absconded with it Find and kill her The ring The ring Is the final piece We may do well to take her alive Go at your disposal A moot point While the fugitives remain at large My men and I will continue our search for the prince and the Oracle So glorious So glorious My crystal My crystal Bigger Bigger's better Bigger's better Wust off to Sindhu First comes to Skai A region known for its wetlands Really? Wetlands? There's also a chocobo forest Not talking Farther west lies the Klain region Wherein we'll find the town of Lestalem Oh Isn't that where Iris is headed? Barring delays Hey, she should have arrived by now. Maybe even had herself a look at the Meteor. The Meteor of the Six? The same. Its heat is harnessed to power, Lestalem. Whoa, that sounds way cool. I'm actually looking forward to this. It'll be a long drive. Best fill up the tank before we set out. I believe we have a solid lay of the land now. The driver's seat is yours, Noct. If you so desire it. Oh cool, ich kann fahren. Keine gute Idee. Aber mal gucken. Cool. Wir haben super viel neues Zeug, was wir uns jetzt angucken können. Und so viele neue Plätze, wo wir jetzt hinfahren können. Weiß nicht. Iris? Hey, you! So good to hear your voice. Everything's fine over here. We managed to make it to Lestalem. We just settled into our new digs. So yeah, let me know when you're coming so we can meet up. Yeah, will do. You better. Was that Iris? Hm, can't even call her own brother. In all fairness, yours wasn't the obituary broadcast all over Lucis. What about me? Did she say anything about me? Did you see that sign? Chocobos! Chocobos! No time for that. Need to get to Lestalem. It's still ages away. Come on, just a quick visit. Äh, ja! Ja! Sure. Let's check it out. Yes! Could be awesome! Ich bin so gespannt drauf, wie die Chocobos hier aussehen. So extrem gespannt darauf. Und ich hoffe, sie sehen super süß aus. Und ich hoffe, wir können sie mit zum Campen nehmen. Und ich hoffe, ich kann mir einen kaufen. Und kann ihn für immer behalten. Und ich hoffe, ich kann ihn benennen. Und ich hoffe, ich kann... Keine Ahnung. Ich will Chocobos. Ich kann Prompto da total verstehen. Ich kann Prompto da sowas von verstehen. Chocobos sind toll. Und Iggy hat gesagt, wir müssen tanken. Also machen wir das mal. Cool. So, was ist der Verkauf in der Chocob hier alles? Hm, okay. Hi. Thanks. See you next time. Ta-da. Hey, Gladi. Hey, Iggy. So, und was ist das für ein Fragezeichen hier noch? Oh, kann ich ja wieder ein Foto machen. Oh, ich hoffe so sehr, Iggy. Ist jetzt direkt davor gelaufen. Ich hoffe so sehr, das sieht man nachher im Foto. Hä? Was ist das Fragezeichen? Oh. Das Spiel. Mhm. Ja. 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 Gladi flirtet mit Sanja. Hi. Ich bin Prinz Naktis. Ich bin Prinz Naktis. Gladi, du hast komische Freunde. Ich bin Prinz Naktis. Ich bin Prinz Naktis. Hm. Sollten wir es riskieren? Level 12 und Level 14? Locker. Na klar. So. Jetzt haben wir einen Haufen neuer Aufgaben dazu bekommen. Was machen wir zuerst? Sollte. 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 Ja, machen wir die Jagd zuerst. Weil warum nicht? Sorry, aber Prompto will sein Chocobo all day reiten, somit. Vielleicht gehen wir auch erstmal Chocobos machen. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir gehen jetzt erstmal jagen. Wir bleiben bei dem Plan. Und dann gehen wir Chocobo. Oder wir gehen zuerst zu den Fröschen. Oh, ich weiß es nicht. Hi. Wie sieht es aus wie das Ding, was ich jagen muss? Ich hoffe ja mal echt. Es gibt ja diese gelben Dinger da, dass man da Chocobo sich mieten kann, steht ja da drauf. Ich hoffe ja mal echt, dass ich die wirklich komplett mieten kann. Und dass ich mit denen dann hier rumlaufen kann. Das wäre nämlich super toll. Leute, wir haben uns jetzt einen Plan ausgemacht. Und das werden wir jetzt erstmal alles machen. Ich kann nichts sehen. Wir werden jetzt erstmal jagen gehen. Dann Frösche, dann Chocobo und dann vielleicht Lestalem. Okay. Jungs. Wir können jetzt nicht immer Pläne machen und die dann wieder durch deinen Haufen werfen. Das haut alles so nett hin. Außerdem müssen wir Hauptaufgaben und Nebenaufgaben beide schön ausgeglichen zueinander erledigen. Ich hoffe, ihr versteht das. Oh nein. Ach du Scheiße. Wer hat denn da gezauert, bitte? Moment. Moment. Das war ja ich. Da war ja was. Oh mein Gott. Ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, ich habe das andere noch ausgewählt. Und ich wollte gerade schon echt anfangen. Daher ging so, ich nehme euch die Zauberei wieder weg. Das kann ja nicht sein. Yipsy Daisy's. Oh Gott ey. Ihr müsst verzeihen. Es ist gerade super spät. Oh, der Mut. Ich seit eingeschlafen. Aber ich will nicht. Ich will feine Seite sie spielen. Zumindest werde ich ein bisschen Blödsinn labern. Tut mir leid. Ich werde mein Bestes geben, es zu verhindern. Ich habe es gerade echt nicht geschnallt, dass ich die Magie ausgewählt hatte. Oi, oi, oi. Naja. Hier gibt es nirgends wo so einen sicheren Punkt, ne? Freaky. Hier. Nice work, Ladio. Ja. All cover. Wissen Sie. Wissen Sie. Wissen Sie. Wissen Sie, Gott. Ich weiß. Nou. Habt ihr gesehen, wie Gladys sich voll impromptus Shot gestellt hat und beeindruckend sein Schwert geschwungen hat? Ich hab das voll gesehen. Er schrie nach Aufmerksamkeit. Hier, kriegst du noch mal deinen Private Shot. Sehr gut. Übrigens, den Typ, den wir getötet haben, von der Cutscene her, würde ich so verstehen, dass es der Prinz war von dem anderen Königreich. Aber warum wurde der da nicht vorgestellt? Weil ich mein, lass uns mal kurz drüber nachdenken, ja? Wenn das der Prinz war von dem anderen Königreich, dann habe ich gerade eine echt wichtige Person... Äh... Aha. Dann habe ich gerade eine echt wichtige Person von dem Königreich getötet, quasi. Und es war so ein... Hey, da ist er. Hey, jetzt ist er tot. Hm, doof gelaufen. Ja. Also... Hätte das nicht ein bisschen mehr Tamtam sein müssen? So ein bisschen mehr... Halalalala! Das ist der Prinz! Und dann... Halalalala! Er ist jetzt tot! Keine Ahnung. Was auch ein bisschen komisch. Das erste Mal, dass ich sage, dass ein bisschen was komisch ist. Ah, verstehe ich mich nicht falsch. Ich liebe das Spiel immer noch abgöttisch. Sonst wäre ich jetzt in die Uhrzeit nicht wach. Wir haben... Halb zwei. Und... Ich muss morgen arbeiten. Somit... Ich glaube, wir verstehen uns. Glario ist gut. Okay. So... So, ich bin hier, Finders. Kein neues Rezept. Ist ja mal doof. Ist jetzt Geräusch? Irgend hier ist voll laut. Viel Spaß. Cool. Jagen gehen bringt so viel Geld. Das ist so cool. Aha. Ja. Werdig. Ich geb mein Bestes. Hey, der geht zu Hammerhead. So, und jetzt das. Wir müssen das finden, bevor es dunkel wird. Jetzt haben wir ein Problem. Deswegen nehmen wir auch jetzt schnell das Auto. Weil ich will nicht im Dunkeln rum suchen müssen. Ja, warum nicht? Okay. You turn, Iggy. Yeah. Oh, Prompto. Setz es hin, ey. Es ist für dein Foto. Lass uns das Foto machen. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel jetzt schon für das Foto. Oh, das ist einfach. Das voll so ist. Ja. Hehe. Niedlich. Gold. Komm. Wir haben was zu erledigen. Keine Sorge. Die Regalia hat sich gerade von selber schon das Dach drauf gemacht. Also alles gut. Wir sitzen gleich im Trockenen. Wir sitzen gleich im Trockenen. Wenn wir schnell genug sind, werden sie uns nicht kriegen. Ah, Ignis? Ein bisschen Cover hier? Ah, nur ein Moment. Oh, ich weiß das! Das ist der alten Meteor. Es ist. Und es ist immer noch zu diesem Tag. Powering all of Les Dolom im Prozess. Wirklich? Nicht als die Krystal und die Krone. Ich glaube, das macht Sinn. Hm. Okay. Na kommt, Jungs. So schlimm ist es auch wieder nicht. Es wird dunkel. Es regnet. Aber... Hey! Da fallen wir eine schöne Aussicht. Und ich habe vergessen den Sprint-Button richtig zu drücken, weil ich mich ungesehen habe. from there! ... Das выз Wednesday. aufhör串.. Dann sch�iere doch gleich jetzt, wo es kommt nicht, aus. Let's go get us some dinner. We are good. Better than good. Good to go. Ja, lass uns abhauen. Ja, jetzt ist es langsam wirklich dunkel. Ich will nicht draußen unterwegs sein, wenn es dunkel ist. Uh, da ist ein Campingplatz. Scheiß auf Dave. Wir gehen erstmal zum Campingplatz. Speichern. Und beenden die Episode für heute. Ich muss echt schlafen gehen. Yep. Hm. Schade, dass man das Essen nicht sehen kann, wenn die bei Regen campen. Zum Mist. Okay, das war für die heutige Episode. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis dann! Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ich sehe euch beim nächsten Mal.